Hi Leute, in dem Video geht es um Bücher, Filme, die mich auf meinem Weg weitergebracht haben, die mir wirklich weitergeholfen haben, die ich euch mal empfehlen würde oder euch einfach mal als Inspiration darlegen wollte. Welche Bücher haben mich so am meisten inspiriert? Im Prinzip waren es, was jetzt Ernährung anbelangt, Arnold Ehret und Galina Shatalova, also von Arnold Ehret, die schleimfreie Heilkost, von Galina Shatalova, »Wir fressen uns zu Tode« gibt es einmal das Buch und dann hat sie noch ein Buch »Heilkräftige Ernährung«. Arnold Ehret hat auch noch eben, da gibt es die zwei Bücher, die sind vom Rohhack-Verlag rausgebracht worden, die heißen »Gesunde Menschen«, Band 1 und Band 2, glaube ich. Und ja, die haben mich so, was dieses Ernährungsthema anbelangt, am weitesten gebracht. Und dann, was Ernährung anbelangt, was gab es noch? Im Internet gibt es so viel gute Rohkostliteratur noch, einfach gerade auch die ältere Rohkostliteratur, »Schau dich dir an«, »Norman Walker« und so weiter. Genau, was das Bewusstsein anbelangt und diese ganzen Themen, Psyche, bin ich eigentlich anfangs durch Rüdiger Dahlge darauf gestoßen, so. Die Bücher fand ich sehr gut, sehr inspirierend, so. »Krankheit als Symbol« oder »Krankheit als Weg«, ja, hat mich sehr inspiriert und das Ganze wirklich sehr angestoßen, so, was die Psyche anbelangt. Und dann habe ich einfach noch die Bücher von, ich weiß jetzt nicht, wie man ausspricht, »Buddhistischer Mönch«, »Tik Nan Hat«, so zum Einstieg, die Bücher von ihm, »Ich pflanze ein Lächeln« oder »Frieden mit jedem Atemzug«, das sind so, ja, ganz gute Bücher für so einen Einstieg in diese buddhistischen Themen. »Gelmeditation« wird da angesprochen, »Sitzmeditation« und so weiter, dass man einfach jeden Moment meditativ lernt zu verbringen, auch wenn man das Geschirr abwäscht, genau. Was für eine Freude einem Test bereiten kann, so. Und, ja, das waren so die Wichtigsten, die mich eigentlich wirklich inspiriert und weitergebracht haben. Und, ja, es gibt noch so viele weitere, die zu erwähnen sind. Andreas Beutel finde ich dann auch sehr gut. Er hat auch ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, »Das geöffnete Herz« oder so. Ihr müsst dann nochmal nachschauen. Andreas Beutel, der beschäftigt sich mit heiliger Geometrie. Der hat das Pythagoras-Institut in Dresden gegründet. Genau, das kann ich auch jedem empfehlen, so mit dieser Geometrie, mit Zahlen, kann man die ganze Welt nachvollziehen, wiedererkennen. In allem kann man die sehen, schneidet Früchte immer auf, schneidet sie quer, längs auf. Und ihr werdet überall die gleichen Strukturen sehen. Viele Früchte haben eine Fünferstruktur zum Beispiel, so. Wenn man Apfel aufschneidet, mal nicht wie normal, sondern horizontal so, je nachdem wie er liegt, mit dem Strung nach oben horizontal durchschneiden. Und Papaya, auch diese Fünferstruktur, Banane, Gurke, hat so immer eine Dreierstruktur. Schneidet die Sachen mal auf, auf verschiedene Weisen. Ihr werdet überall die gleichen geometrigen Formen, verschiedene Farben entdecken. Aber im Grunde ist alles aus den gleichen Strukturen aufgebaut, mal klein, mal groß. Ja, und Andreas Beutel kann ich einfach jedem empfehlen. Es gibt auch sehr gute Vorträge von Andreas Beutel auf YouTube. Gibt es einfach mal an, Heilige Geometrie, Andreas Beutel. Genau. Und auch von Rüdiger Dahlke gibt es sehr gute Vorträge auf YouTube, finde ich. Die haben mich auch sehr weitergebracht anfangs. Und dann eben, was Ernährung anbelangt, so alte Rohkostliteratur, wie gesagt. Welches Buch ist noch zu erwähnen? Genau, die neue Medizin des Bewusstseins, finde ich noch sehr erwähnenswert. Da sind einfach Studien angebracht, alle möglichen neueren Forschungen, wo wirklich die Abhängigkeit vom Bewusstsein gezeigt wird, auf die Dinge, wie sie ablaufen. Also bei Experimenten, wie das Bewusstsein eine Rolle spielt, wie selbst Gebete die Heilung beeinflussen können und solche Dinge eben, wie selbst das Denken Maschinen beeinflusst. Also da zum Beispiel wird ein Experiment beschrieben, es gibt ja diese Mähroboter und die haben einfach ein Feld gehabt, ein rechteckiges, nebendran haben sie ein paar Küken aufgestellt und die Küken sehen ja das erste, was sie sehen, so als ihre Mutter an. Und die haben diesen Mähroboter als ihre Mutter angesehen. Und die ziehen, wenn man sich dann auch dieses Muster von dem Mähroboter anschaut, der ja wirklich einfach eine Maschine programmiert ist, die ziehen diesen Mähroboter an. Die Linien gehen immer mehr in die Richtung von diesen Küken. Und ja, sehr viele faszinierende Studien drin. Das kann ich auch wirklich empfehlen. Also die neue Medizin des Bewusstseins von George Dawson. Genau, dann wie ich auf Rohkost umgestellt habe, fällt mir gerade noch ein, genau, von Markus Rotkranz, heile dich selbst. Also kann ich auch jedem empfehlen, so. Ist, ja, viel mit Fasten stellt er auch meistens um. Ist viel grün am Anfang, perfekt halt, Einläufe. Ja, kann ich jedem nur raten, so, von Markus Rotkranz das Buch. Genau, also das sind, sage ich mal, so die wichtigsten Bücher gewesen, so, ja, die ich auf meinem Weg gelesen habe, die mich beeinflusst haben. Ja, ich überlege gerade noch, ob mir noch irgendwas einfällt. Ja, das sind noch so viele im Prinzip. Aber das dürfte eigentlich so ziemlich gewesen sein. Das waren auf jeden Fall die wichtigsten. Genau. Und könnt ihr ja auch mal reinschauen. Ich meine, für jeden ist es einfach immer eigen. Man muss genau das finden, was einen anspricht. So, mich haben die angesprochen. Viele Wege führen nach Rom, sage ich mal. Und im Endeffekt ist es egal, welchen Weg man wählt. Es ist wie, wenn man die Welt umrunden will. Man muss nur in eine Richtung dranbleiben. Wenn man nicht ständig die Richtung wechselt, dann kommt man wieder am gleichen Platz an. Genau, also wählt das, was euch anspricht. So, das ist das, was mich angesprochen hat. Und ja, es muss einfach Spaß machen. Dieser Weg muss einem, ja, mit Freude praktiziert werden. Sonst bringt es einfach nichts. Genau. Ansonsten macht es gut, Leute. Bis dann. Tschau. 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 Tschau.